Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Da muss jemand ganz wichtiges an Bord sein. Euch gehts gut da, ne? Ja, ich weiß gar nicht mehr, wo man hingucken soll. Der Tele ist echt krass, da muss ich einen Kilometer vorher gucken. Stimmt! Das ist alles schön, egal wo man hingucken. Das sah hier ganz anders aus wie im Internet. Was kostet hier eine Wohnung? Das ist jetzt die Polizei-Skorte. Das ist Spider-Man Home. Der Platz ist ein viel größerer. Das ist der Markusplatz. Aber hier ist mehr los als in Apropos. Wir waren heute morgen etwas früh wach. Schutzeilige von Venedig wahrscheinlich. Ja. Boah, warum zoome ich denn jetzt? Warte. Schau mal hier durch. Hauptsache wir kommen irgendwie hin. Geht es da hinten weiter? Wäre schlimm, wenn es nicht so wäre. Oh, angenehm. Oh, die Kassette ist so gut wie voll. Wir sind schon immer wieder da. Wir sind schon immer wieder da. Und unmöglicherweise ein Auge verlieren. Haben wir einen Held. Carle, da sind wir hergekommen. Ja, gerne. Gut, der ist an dem Ding, man kann sich auch selber aufnehmen. Oh, der Turm ist aber ziemlich krumm. Da unten ist die Bushaltestelle. Im Internet stammt Bodi nicht Geld. Äh, wo ist das Meer? Spritz. Spritz. Schon wieder in den Kameras. Ah, da bist du. Ganz professionell. Jetzt. Jawohl. Boah, warum zoome ich denn jetzt? Warte. Ist das Nasenloch jetzt eigentlich nicht? Gepickel auf der Nase. Ganz oben. Ganz oben. Okay.